An unserer Seite herzlich willkommen zur Pressekonferenz. Chris, 1 zu 4, Niederlage, zweite Saison-Niederlage, war aber für dich heute der Knackpunkt in dieser Partie. Ja, Knackpunkt, ich benenne es einfach Ursprung. Ursprung dieser Niederlage war sicher in der ersten Spielhälfte zu suchen, was für mich schon fast unfassbar war, dass wir da mit einem Rückstand in die Pause gehen. Wir haben einfach eine Vielzahl von Torchancen unterspielt. Die wir einfach dann nicht in die nötigen Tore umgemünzt haben. Und auf der anderen Seite haben wir einfach in diesen Standardsituationen, aber so wie es beim zweiten, kurz vor der Pause war, in den persönlichen Duellen einfach nicht diese Qualität gehabt, die uns in dieser Saison ausgezeichnet hat. Und das war dann auch der Grund, dass wir mit dem Rückstand in die Pause gehen. Wir haben uns dann viel vorgenommen, kommen raus. Und der Knackpunkt war dann sicher das 3 zu 1 in der zweiten Halbzeit. Wir sind dann gar nicht mehr ins Spiel gekommen. Es ist eine zerfahrene Partie gewesen, dann gekrönt durch den Ausschluss, der was für mich eine unnötige Aktion war von Beck in Palle. Ich denke, der Beck ist mit einem großen Vorsatz ins Spiel gekommen. Er ist ein Spieler, der ein enormes Temperament mitbringt. Ich bin mir auch sicher, dass das 3 zu 1 noch nicht die Vorentscheidung war in der 50. dass wir schon noch etwas korrigieren hätten können und mit dem Vorsatz ist das Beck in Palle ins Spiel. Aber das war dann unnötig für mich, aber auch nicht zwingend gelb. Auch nicht zwingend rot. Ich denke, wir haben gelb auch ausreichend gewesen. Und somit haben wir uns aber dann, ja, jegliche Chance auf noch irgendeine Korrektur des Ergebnisses genommen. Und am Ende war es zwar zu hoch, aber doch ein verdienter Sieg von Rapid. Bitte um eure Fragen. Christian. War jetzt schon ein Schlüsselmoment in der dritten Minute. Man hat sehr viel geredet von eurem Torwart. Rapid hat einen Torwartwechsel gehabt, dass er wieder Streben über den Schuss vom Hierländer hält. War das vielleicht schon der erste Knackpunkt? Ja, das sind Schlüsselmomente in einem Spiel. Wir haben mit dieser Standardvariante uns einen Riesentorschuss erspielt. Ich habe es jetzt noch gar nicht genau gesehen, ob Strebe ich denn entscheidend? Ja, sicher. Und auf der anderen Seite ist dieses Duell Karageng gegen Jons Tankowitsch, der bis jetzt wirklich in der Strafraumbeherrschung überragend war, der halt einfach nicht so auf dem Level reagiert hat. Ja, ist einmal so. Wir haben diesen Tag halt gehabt. Wir haben bis jetzt eine Saison gespielt, wo alles wie am Schnürchen fast für uns gelaufen ist. Die Gegner einfach ihre ersten Torchancen immer liegen haben lassen. In York Siebenhandel ihren Meister gefunden haben, wie wir zum richtigen Zeitpunkt die Tore gemacht haben. Jetzt haben wir in diesem Jahr zwei Spiele gesehen, wo es nicht so gelaufen ist. Das, was auch Prüfungen für uns sind. In Wolfsberg, Unterzahlspiel 65 Minuten. Heute nicht effizient im Verwerten unserer Torchancen gewesen. Dann wieder eine rote Karte. Das ist eine Prüfung für uns, die wir zu meistern haben. Und für uns gilt es jetzt einfach nur, am Dienstag schon die passenden Antworten drauf zu haben. Weitere Fragen? Bitte, kurz aufs Mikro warten. Du hast das Thema oder das Wort Prüfung jetzt gerade angeschnitten. Nach 50 Minuten steht es 1-3. Ihr seid bis zu einer Mannschaft gewesen, die sehr robust, sehr, sehr kampfstark war. Aber nach dem 1-3 war es ganz aus. Also da ist ja eigentlich nichts mehr gekommen. Und bis zum Ausschluss vom Bale waren es 20 Minuten. Also da hätte ich mir schon irgendeinen Aufbau mal vorstellen können. Wieso ist das nicht gekommen? Denkst du? Ja, wie gesagt, ich habe erste Halbzeit, jetzt einmal unabhängig vom Ergebnis, schon einen richtig guten Auftritt von meiner Mannschaft gesehen. In beiden Bereichen. Also wir haben sehr gut gegen den Ball gespielt, haben den Orapid gar nicht ins Spiel kommen lassen. Jetzt waren dann aber auch im Spiel mittenball. Vor allem in der Phase zwischen 1-0 und dem Ausgleich waren wir im Spiel mittenball richtig gut. Das dominantere, klar dominantere Team. Ja, wir wollten dann in der Pause einfach noch einmal an der Präsenz, noch einmal an diesen paar Punkten, die uns halt in der ersten Halbzeit noch gefehlt haben, dann arbeiten. 3-1 war dann moralisch ein richtiger Tempfer und dann war die Partie extrem zerfahren, volle Fouls, für mich überhaupt keine klare Linie vom Schiedsrichter. Wir sind gar nicht in den Rhythmus gekommen, zu gar keine Torschaußen gekommen. Herr Bitt hat das auch geschickt gemacht, haben wir jetzt, was das Zweikampfverhalten betrifft, auch einen richtig guten, präsenten Tag gehabt, wo wir uns schwer getan haben. Ja, und von dem sind wir nicht mehr ins Spiel gekommen. Und in der 70. war es dann sowieso ein Unterzahl, was dann sowieso erledigt. Weitere Fragen? Wenn es keine mehr gibt, ja, bitte. Sind die zwei Spiele gegen Wolfsburg und Rapid vielleicht jetzt auch, unter Anführungszeichen, gut gewesen, dass man die Erwartungshaltung, vielleicht der Ausfall vom Verein, ein bisschen runterfahrt, weil irgendwie ist so vollkommen, ja, man fährt ja nach Wien und der Sieg ist zumindest fast Pflicht, so ist es irgendwie rübergekommen. Ja, ich habe es im Vorfeld, zwei Fragen davor schon gesagt, das ist für uns im Herbst alles, ja, wie auf einem richtigen Flow und nahezu ideal alles verlaufen. Und natürlich ist es ganz normal, dass dann auch die Erwartungshaltung steigt. Schon möglich, dass alles dann auch ein bisschen zu schnell geht, aber ich will jetzt nicht, dass man mit der Unentschieden und mit einer Niederlage die Erwartungshaltung nach unten schrauben, aber ja, für uns, wie gesagt, für uns ist jetzt schmerzvolle, zwei Spiele gewesen, schmerzvolle Erfahrungen, aber oft ist der Schmerz der beste Lehrmeister und wenn wir aus den beiden Spielen unsere Lehren ziehen, dann glaube ich, wird es uns viel bringen für die Zukunft. Ich hätte eine Frage zu den Standardsituationen. Rapid hat im Herbst extreme Probleme gehabt und offensiv nicht so viel getroffen. Jetzt, wenn man das 3 zu 1, ist ja auch nach einem Standard noch passiert, dazu rechnet. War es jetzt in dem Spiel 2 zu 0 für Rapid? Haben Sie irgendwas anders gemacht, als ihr erwartet habt, bei den eigenen und bei den gegnerischen Standards? Nein, absolut gar nichts. Also wir haben gewusst, dass Rapid mit Blocks arbeitet. Wir haben bis jetzt, außer den Elfmetern in Hartberg, in der dritten Runde, kein einziges Standard-Tor bekommen und auch nahezu keine Schwierigkeiten gehabt im Verteidigen von Standards. Für mich ist es einfach, und wenn man sich alle vier Gegentore anschaut, war es einfach, kann man es runterbrechen auf die Basics im Fußball und das ist die Duellqualität. Und die haben uns heute einfach gefehlt und es ist halt oft so, wenn man diese Präsenz, diese letzte Energie dann nicht aufbringt in den persönlichen Duellen, dann bekommt man bei Standards auch viel, viel leichter Tore und das müssen wir korrigieren. Da müssen wir uns einfach auch wieder von einem anderen Gesicht, von einer anderen Körpersprache zeigen dann in den nächsten Spielen und dann wird das, wenn wir dieses Thema wieder absolut in den Griff kriegen, weil bis jetzt war unsere Tordifferenz im Bereich Standards ja ein klarer Plus. Aber wie gesagt, Rapid hat es gut gemacht, sie haben auch die Spieler, die da Qualität haben, aber ich würde es einfach darauf zurückführen, dass wir halt nicht diese Qualität in den persönlichen Duellen gezeigt haben, die wir in den restlichen Spielen gehabt haben. Gibt es noch eine Abschlussfrage? Wie wichtig wird es auch sein, dass Amadou Dante zurückkommt, weil heute hat es schon so gewirkt, dass Rapid über die rechte Offensivseite sehr, sehr viel Druck machen können. Ja, es fällt jetzt leider mit dem Back-in-Ball wieder ein Spieler in einer englischen Runde, wo ich denke, dass er schon sehr, sehr wichtig gewesen wäre für uns und mit Amadou Dante haben wir auch heute einen Spieler vorgegeben. Ich habe gesagt, das habe ich eh schon zur Genüge durchgewälztes Thema mit der Dreifachbestrafung, macht einen klaren taktischen Fehler, einen Stoß und das muss man einfach so eine Strafe hinkriegen. Jedenfalls, wir haben im Herbst permanent mit der gleichen Mannschaft spielen können, das ist jetzt nicht der Fall, aber es muss natürlich auch unser Kader hergeben, dass wir Ausfälle ersetzen können. Das ist, ja, und das wird auch hergeben und wir werden auch diese Personalien dann auch gut wegstecken können. Und sagen wir vielen Dank, wünschen wir ein schönes Wochenende für uns, geht es weiter am Dienstag gegen Hartberg. Danke sehr.